Mein Name ist Rainer und ich stehe auf Dicke Männer. Ja, also ich will euch mal erzählen, wie mein gestriger Papa war. Ja, also ich hab erst mal ausgeschlafen. Hm, bis zwölf Uhr? Ja. Hab ich erst mal frisch gemacht, mir die Haare. Ja, dann haben wir uns ins Bett gelegt, bisschen gekoschelt, bisschen Fernsehen geguckt, ne? Aber dann, das war der einzige Haare an diesem Tag. Sonst war der perfekt. Ja, dann sind wir ins Sexshop gegangen, haben wir uns ein paar Spielsachen für heute Nacht geholt. Neue Klamotten, Schuhe, alles so drum und dran, ne? Ja, dann sind wir in den Sexshop gegangen. Ja.